Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast in der Sümpfe von Bern. Man kann es kaum glauben, aber der bürgerlich Zürcher Regierungsrat spricht sich für Stimmrechtsalter 16 aus. Die Teenager müssen zwar keine Steuern zahlen, sie sollen aber mitbestimmen, wie man das Geld von den Erwachsenen ausgibt. Eine Kantonsratskommission im Kanton Zürich hat mit 8 zu 7 Stimmen beschlossen, Stimmrechtsalter von 18 auf 16 Jahre herabzusetzen. Das muss man akzeptieren bei einer Mitte-Links-Mehrheit im heutigen Kantonsparlament des Kantons Zürich. Ich habe ja schon einmal darüber berichtet, das ist das erste Mal in der Geschichte des Kantons Zürich, wo wir ein Linksparlament haben. Aber ich liesse gleichzeitig im Tagesanzeiger, auch der Regierungsrat, also ich zitiere vom Tagesanzeiger, auch der Regierungsrat unterstützt das Vorhaben. Er folgt der Argumentation der Mehrheit von Grünen, SP, GLP und EVP, die für die Vorlage gestimmt haben. Hier muss ich Ihnen sagen, da legen wir schon langsam am Kopf. Zur Erinnerung, man hat erst 1992 Stimmrechtsalter von 20 auf 18 reduziert, hat aber auch gleichzeitig die Volljährigkeit von 20 auf 18 zurückgesetzt. Das heisst, mit 18 ist man Volljährig, das heisst man darf auch abstimmen. So wurde das 1992 entschieden. Und jetzt sind wir plötzlich bei 16. Was ist denn das Nächste? Bei 9 oder sobald man das Kreuzchen noch immer machen kann? Für die Linke ist das natürlich mega. Man weiss aus Schätzungen, 80-90% der 16- und 17-Jährigen sind in diesem Alter noch links. Das war übrigens auch bei mir so. Mit 16 hatte ich keine Lebenserfahrung, keine Ahnung, woher er ans Geld kommt. Und da bin ich einfach noch so richtig schul-links gewesen. Das heisst natürlich, und darum finden es die Linke mega, es würde natürlich nochmal einen riesigen Linksrutsch geben. Jetzt hat aber der Kanton Zürich eine mehrheitlich bürgerliche Regierung, und zwar mit zwei SVP-Regierungsräten, einer FDP-Regierungsrätin und einer CVP-Regierungsrätin. Weder die SVP, noch die FDP, noch die CVP ist für das Stimmrechtsalter 16. Aber irgendjemand von diesen vier bürgerlichen Damen und Herren ist bei einer solchen wichtigen staatsbürgerlichen Angelegenheit auf die Linke Seite gekippt. Und ich weiss noch gut, als ich 16 war, was mich dort interessiert hat. Ganz sicher nicht die Politik. Und wenn, dann hatte ich keine Ahnung. Sehr oberflächlich. Und habe ein bisschen den Lehrern zugelassen. Und damals waren die Lehrer schon links. Also habe ich links natürlich cool gefunden. Und was man auch noch muss sagen, selbstverständlich zahlen die 16, 17-Jährigen keine Rappensteuer. Aber über das Geld von den anderen bestimmen, sollen sie jetzt laut den Linken. Es ist typisch, dass die Linken am liebsten die Stimmbürger und Wähler haben, die das Geld, das nicht ihnen gehört, ausgeben können. Und es ist typisch für die Linken, dass sie 16- und 17-Jährige Stimmbürger wollen, aber denen das Auto fahren, nie im Leben würden erlauben. In unserem Staatswesen mitbestimmen sind kein Problem. Aber um hinter dem Steuer zu sitzen, sind die Jugendlichen natürlich noch viel zu wenig reif. Aha, sehr interessant. Und auch sonst sind die rot-grünen Befürworter vom Stimmrechtsalter 16 total inkonsequent. Sie wollen nämlich, dass 16, 17-Jährige nur das aktive Stimmrecht gewähren, also das Wählen und das Abstimmen. Das passive Wahlrecht sollen sie auf keinen Fall bekommen. Das passive Wahlrecht heisst, dass man die 16- und 17-Jährigen auch im Gemeinderat, im Kantonsrat oder sogar im Nationalrat wählen könnte. Für das sagen die 16-Jährigen natürlich viel zu wenig weit in Sachen Politik. Es ist klar, was sich die Linken erhoffen, nämlich, dass möglichst viele kindliche Wähler ihre kindliche Politik unterstützen. Da kann ich eigentlich nur eines sagen und da kommt mir auch nur einen Sinn. Die Klimajugend lässt grüssen. Wenn Sie die Bilder sehen von der Klimajugend und Sie stellen sich vor, ab morgen können Sie abstimmen. Mein Gott, wie wird die Zukunft von unserem Land aussehen? Das zum Thema Stimmrechtsalter 16. Meine Damen und Herren, bleiben Sie dort auf der Hut. Es ist nicht einfach etwas Nebensächliches. Wenn man in der Schweiz ab 16 abstimmen und wählen kann, dann wird es einen massiven Linksrutsch geben. Und viele von diesen Wählerinnen und Wählern, das habe ich sogar gehört von einer meiner Tochter, die hat mir selber gesagt, sie sei so froh, dass sie erst mit 18 abstimmen konnte, weil mit 16 hat sie noch totales Eich abgestimmt, weil sie einfach keine Ahnung hatte, wie das wirkliche Leben ist. Weil man wohnt ja zu Hause wohlbehäutert, bei Mami und Papi, geht ein bisschen in die Schule, aber weiss nicht, was mit dem Geld passiert, wer das Geld erwirtschaftet und wohin man es zahlen sollte. Das wird dann erst kommen, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat. Und darum, nicht zuletzt, hat man die Volljährigkeit auch mit dem Stimmrecht verknüpft. Also, bleiben Sie auf der Hut. Es freut mich, dass Sie dabei waren. Es würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Podcast wieder reinhören würden. Alles Gute und bleiben Sie gesund.